So, liebe Sterne-Kaiserin-Freunde, wir sind jetzt im zweiten Stock. Wie ihr weiss, wir dürfen uns nicht, also wir dürfen nicht filmen oder fotografieren einzelne Objekte, so wir werden uns nicht zu viel nähen. Ihr seht hier, das ist ein kleines Foto von Marie-Valerie mit Marivali, äh Larisch. Sissi zu fährt, das ist ein Zylinder. Das ist das Verlobungsbild von Sissi vor Posenhofen. Und das sind mehrere Gemälde, das sind weniger interessant, das sind einfach Gemälde von Jagdszenen. Das ist Sissi zu Ross. Und das ist der zweite Stock, unten ist gerade eine Führung. Das ist Franz Josef, das weiss ihr schon. Sissi, hier sind die Eltern von Sissi. Das ist der Max und der Ludovica. Und hier auch, dieses kannte ich nicht, und den kann ich schon. Zum Brun hier, das Herz Herzog in Sophie, in den jungen Jahren. Und, ähm, also das sind Hochzeits, äh, ähm, also Gemälde, ja. Ihr seht hier, der Hochzeit in der Augustiner Kirche. Das ist Sissi, das ist Wien. Ähm, ihr seht hier das Ehepaar, aber, ähm, äh, so kann ich es euch zeigen. Das ist Sissi mit Rudolf und Gisela und die bereits gestorbene Sophie in einem Bild. Das ist, äh, Kaiserpaar mit Baby, Rudolf und Gisela, Rudolf und mehr Rudolf. Ich weiss, es ist nervig, sich nicht nähen zu können, aber, ja, noch, also wir sind in Italien, das ist natürlich Maria. Ja, es ist sehr, sehr schön hier. Muss man natürlich, nein, also man darf es sehen und sich nähen und so. Einfach fotografieren und filmen darf man nicht einzelne Objekte und auch nicht filmen. Also filmen von, nein, ich habe selbstverständlich ein Erlaubnis gefragt. Und sie haben gesagt, solange, dass man nicht zu nahe kommt und nur einzeln Sachen zeigt, dann darf man. Wir halten uns immer an der Regel. Und hier seht ihr, sehr schön. Und das finde ich natürlich ein super Highlight. Moment, Säule, Entschuldigung. Also das ist das Originalkleid von Christiana Capotondi in den Sissi-Film im 2009 von, äh, wie hat er geheißet, äh, Xaver Schwarzenberg, Schwarzenberg, glaube ich. Also so eine, inspiriert in dieses Kleid hat unsere Sterne Kreiserin ein sehr schönes Kleid. Also der hier ist sehr schön, die von unserer Sterne Kreiserin ist natürlich noch schöner. Hier seht ihr Sissi als Königin von Ungarn und die Yula Andrashi. Und das ist die Krönung in Budapest. Das ist hier ein Fenster, Entschuldigung. Das sind mehrere Kutschen und Kutschenarten. Feierlichkeiten. Hier das Sissi bei der Silberhochzeit mit der Rubin-Schmuck. Das sind ein paar Schlösser. Ah, ihr seht hier ein Gemalt von Sissi hier. Und das ist die kaiserliche Familie in Göllö. Bei einem Konzert. Rudolf und König Ludwig II. von Bayern. Geliebte Kusen von Sissi. Das ist Corfu und der Achillejong. Das ist der, ah, wie hat der Kaiser, der Johan, etwas, Johan. Okay, das ist eben die Führung unten. Das ist noch am Rednern, weil da ist, wo wir angefangen haben. So, ich hoffe, dass diese schöne Ausstellung euch gefallen hat. Und aus der schönen Stadt Götz verabschieden wir uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Sommer.